ein herzliches hallo von mir an euch zur nächsten demo es geht hier schlag auf schlag eine demo nach der anderen aber ich habe da gerade sehr viel spaß dran und entdecke eventuell das ein oder anderes spiel ist ja nicht so dass ich nicht schon genug spiele hätte zum spielen aber das mit den demos macht mir aktuell sehr viel spaß und ich werde schauen dass wenn ich neue demos irgendwo finde dass ich die euch hier gern immer mal zeige kommt natürlich immer darauf an ob ich vielleicht gerade noch paralleles projekt laufen habe neben dvd oder ob eben platz ist und heute schauen wir uns my time at sandrock an ich glaube das ist ein neuer teil zu my time at porsche ich besitze das spiel habe es nie gespielt aber es ist kein dlc ich würde sagen es tatsächlich ein zweiter teil ihr könnt mich gern berichtigen wenn ihr das besser wisst und ich will gar nicht so viel sagen wir wir spielen einfach mal und gucken uns an was wir hier zu tun haben dass er die demo übrigens es wurde noch mal darauf hingewiesen es wird bugs geben es wird fehler geben und so weiter und so fort es steht auch da das ist in der entwicklungsphase ist nicht die finale qualität aber es ist eine demo also eigentlich wissen wir das ich erwarte auch nicht von demos dass die perfekt sind so wie ich von einem early access spiel nicht verlangen kann dass die perfekt sind weil es ist early access also ne ist eine demo wir gucken uns an und sprache gibt es aktuell nur englisch oder chinesisch und ich dachte mir ich glaube englisch können ein paar mehr leute von euch deswegen neues spiel auf englisch viel spaß hi wir sind lucy ich will gar nicht so viel zeit damit jetzt verbringen ja ich habe gesagt ich will gar nicht so viel zeit damit verbringen wir können hier echt viel machen oh das gefällt mir das ist süß so also wir können hier sehr viel einstellen und los geht's jetzt hoffentlich wirklich wir sind lucy ich habe jetzt einfach den namen gelassen wie er war die ladebildschirme gefallen mir auf jeden fall sieht schön aus und wie ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, wie ich die Wörter so richtig clever übersetzen soll Ich soll ihr folgen, wir gehen jetzt irgendwo hin Guckt euch an, wie schön das ist Oh mein Gott Wie schön Ich habe rausgefunden, rechte Maustaste ist Ähm Ist eine Rolle Wir können rennen Okay, wir können hier gerade nicht über die Gleise Aber guck mal Ähm Okay Ich möchte das alles angucken gehen Okay, aber ich weiß nicht, ob die Demo auf Zeit Oh, wie schön Die Demo auf Zeit geht Wahrscheinlich geht die Demo so ein bisschen auf Story-Inhalt, oder? So von der Länge her meine ich jetzt Okay, wir gehen hier hin Jada, jada, jada Okay Ähm Er freut sich, äh Uns kennenzulernen Ähm Er ist nicht so Er, also er Er wacht über uns Er wird über uns Wachten Wachen Aufpassen Er ist aber nicht so richtig unser Boss Er ist eher so ein Kumpeltyp Ne So ein Body Und Mason ist der Bilder Der Bauer Der in Ruhe stand Das ist unser Zuhause Auf der anderen Seite der Schienen Also eigentlich hat's Mason gehört Aber jetzt ist es unseres Wir können ja ganz viel bauen Und machen und tun Für Die Gilde Ich sag jetzt einfach Gilde Ich weiß nicht, wie ich Commerce Guild am besten übersetzen soll Ich kenn halt auch My Time with Porsche nicht Wahrscheinlich sind's ähnliche Begriffe Aber Da ich My Time with Porsche nie gespielt habe Ich hab's grad schon erzählt Ihr versteht das schon Äh Und für andere Menschen können wir wahrscheinlich auch was machen So Er ist jetzt wirklich sprachlos, der Jan Und der Mason soll jetzt mal ein paar Worte sagen Das ist Mason Äh Lass uns nicht zu freundlich werden Weil ich bin ja quasi weg bald Und ja Sein Laden gehört jetzt uns Wahrscheinlich ist es ein bisschen kaputt und runtergekommen Aber Vielleicht gibt's auch Ein paar Dinge, die wir finden Und der Der Platz Das Haus hat sehr viel Herz Okay Er macht sich jetzt auf den Weg zum Blue Moon Ich weiß nicht, ob das Ein Saloon ist oder sowas Ähm Es sind nicht mehr viele Tage, wo er seine Jack-Milch bekommen kann Ich weiß nicht, ob Jack-Milch heißt Aber Eigentlich dachte ich immer, mein Englisch ist gar nicht so schlecht Aber jetzt grad Äh Es könnte besser sein Äh Er ist immer ein bisschen komisch Nun gut, zurück zum Business Bevor wir Bevor wir Bevor ihr loslegen Könnt Muss ich euch erklären, wie wir hier in der Büste arbeiten Äh Ihr habt schon die Bilderlizenz Achso, nee Haben sie nicht Das ist alles hier ein bisschen anders Als sie es kennen Zu Beginn Es gibt nicht so viele Bäume hier Äh So können wir nicht so viel Holz abbauen Dafür gibt es aber einiges an Schrott Und altem Holz Was wir kaputt machen können Ja, wir brauchen mal eine Spitzhacke Das ist eine Spitzhacke mit einem Hammer Spitzhackenhammer Ähm Es ist nicht nur gut, um Steine aufzubrechen Es ist auch gut genug, um Altweltschrott kaputt zu machen Wir müssen einfach nur ein bisschen Stein und Holz finden Und dann können wir unsere Workbench Ins Werkbank machen Ja Dann machen wir mal Wenn wir fertig sind, müssen wir wieder zu Jan in die Commerce Guild Und See you later Okay Okay, wir sollen in der Nähe unseres Ladens In Müllbergen mal gucken Dort finden wir bestimmt Sachen, die wir brauchen Und ich glaube, sie ist tatsächlich meine Mitbewohnerin Oder so Weil sie sagt immer Nee, sie sagt Wir gehen zu deinem Laden Workshop Werkstatt Werkstatt Nicht Laden Ähm Okay, wir sollen ihr aber folgen Oh mein Gott Oh das Spiel ist Ich muss echt sagen Das Spiel sieht mega schön aus Wir können uns umziehen Schnellwahl Glückwahl Meine ich Hier sind unsere Aufgaben Oh Ich möchte, dass sie Best Friend wird Ich kann es auf jeden Fall auch nachlesen Komme ich jetzt hier wieder zurück So, rechte Maustasten Wir haben Kalender Da sind wahrscheinlich dann so Geburts Oh Moment Können wir Kann man das zusammenspielen Das ist Koop Oder ist es ein Jahr, zwei Monate, ein Tag Okay, ich habe nichts gesagt Okay Kann ich bitte hier gucken gehen Ja, das ist tatsächlich Blue Moon ist ein Saloon Oh, schade Okay Was ist das? Ah, den Wegpunkt habe ich glaube ich gemacht Kann das sein So Wie schön Wir haben schon eine Werkbank Wir müssen jetzt einen Pickhammer machen Sobald der Wind weht Es scheint wahrscheinlich Schrott Weil wir auf einer alten Weltmetropole Entstanden sind Gebaut sind Sobald wir unsere Spitzhacken Hammer Haben Können wir Alles kaputt machen Und die Ressourcen sammeln Die wir brauchen Und ich möchte noch was Privates zu dir sagen Der Grund warum ich zu Nach Sandrock gekommen bin Ist weil es Nicht so gut Für sich selbst sorgen kann Ähm Das ist der einfachste Weg Oder der beste Weg Für mich Einen Unterschied in der Welt zu machen Ich hoffe Du denkst genauso Also Lass uns ein Versprechen geben Von Bauer zu Bauer Lass dich Bilder Bauer Bauen im Sinne von Handwerk Nicht Nicht anpflanzen Und so Lass uns Sandrock zurück zur Glory Zur Glorirität Ähm Ring Die es damals hatte Okay Sie geht jetzt mal los Und macht sich eine Spitzhammer Axt Hacke Ja Wir können was tun L Check your mission Make a tool Er steht nicht da Doch Stone and Wood Aber wie viel Äh Hier oben Wähle ich aus Aus welcher Kategorie Hier wähle ich Das Item Was ich möchte Und dort kann ich Dann craften Aber ich brauche Vier Stein Und zwei Holz Äh Was Äh Oh Gott Ich habe fünf Holz Äh Fünf Stein Und drei Holz Also kann ich schon bauen Tschüss Die Kamera Ja Farbe repräsentiert die Qualität Von dem Item Okay Ja Okay Okay Die habe ich jetzt auch In meinem Inventar Ja In der Toolbar Okay 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 Wir sollen zu Jan Das Wasser Das Wasser ist kontaminiert Das finde ich aber Nicht schön Guck mal Wir können uns umsehen Machen wir das doch Machen wir das doch Machen wir das doch Ich bin Jasmin Ich bin Jasmin Ich bin hier aufgewachsen Meine Mutti ist ja Ist Bürgermeisterin Aber sie ist gerade nicht hier Weil das ist ein Beschäftigter Job Aber es ist doch Es ist okay Alle sind sehr nett Und ich werde alle mögen Wenn wir heute auf ein Abenteuer gehen Ich habe ihr einfach mal Was geschenkt Jetzt haben wir hier Jasmin mit drin Hier sieht es ja aus Deine Beine sind einfach mal Im Sessel Hi Justice Du musst einer von den Neuen Bauern sein Ich bin Justice Und Justice Justice Ist mein Leben Okay Er ist für Fürs Gesetz Zuständig Was Ich kann mit Ich kann kämpfen Dieser Spruch Du musst lieben Was du tust Und du wirst nicht Einen Tag In deinem Leben arbeiten Wurz Kimär Warum ist hier Ein Käfig What the hell Hat einfach Ein Käfig In seiner Bude Okay Okay wir gucken uns Weiter um Das ist eine Mine Ich glaube Ich glaube aber nicht Dass wir hier rein Können Ähm Oh die Zeit So Ich sag erst mal Für die erste Folge Von der Demo Von My Time at Sandrock Tschüssi Danke fürs Zuschauen Und ich spiel sofort weiter Und dann seht ihr Noch mindestens Eine weitere Folge Bis dahin Danke fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Bye 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 Vielen Dank.